Ja, besten Dank, funktioniert das jetzt? Ich habe gar keine Rückkopplung dafür. Danke für die einführenden Worte. Es tut mir leid, wer jetzt hier Frau Jakob erwartet hat, den muss ich leider enttäuschen, aber ich vertrete sie aus betriftlichem Grund. Sie ist auf der zeitgleich stattfindenden Adaptation Future Konferenz in Rotterdam. Da ist sie auch im Scientific Advisory Board und sie lässt sich entschuldigen, sie muss da agieren und auf dem Podium sitzen und so weiter. Das ist genau zur gleichen Zeit. Daher werde ich sie hier heute vertreten und ja, der Titel heißt, also Gerex Plus, das Plus ist irgendwie da reingeraten. Also das war wohl ein Fehler. Also es hat nichts mit 60 Plus oder 50 Plus oder Gerex Plus zu tun, sondern unser Institut hieß früher mal Climate Service Center, also CSC. Die Abkürzung mussten wir leider ablegen aus namensrechtlichen Gründen, daher dieser Namenswandel. Ein kurzer Abriss meines Vortrags. Ich habe jetzt ein bisschen das Problem, dass ich gegen knurrende Mägen ansprechen muss. Ich weiß nicht, wie viel Spielraum mir da bleibt, sonst müssen Sie die rote Karte hochhalten. Ich kann mich ja knapp fassen zu den Auswirkungen des Klimawandels, da hat Herr Grassl ja wunderbar uns vieles erklärt. Ich gehe ein bisschen auf Extremereignisse ein. Gerex, wer sind wir, wie arbeiten wir, ein bisschen Hintergrund zu Aktivitäten der EU, zu Klimaservices. Und dann will ich hauptsächlich, darum wurden wir gebeten, einige Beispiele aus unserer Arbeit zeigen, was sind hier in unserem, nach unserer Auffassung, Klimaservice-Produkte, die wir prototypisch entwickeln und am Ende ganz kurz ein neues Journal vorstellen. Wir haben gehört, der Klimawandel betrifft alle Länder weltweit, auch Europa, und die Auswirkungen sind bereits sehr spürbar. Das ist eine etwas ältere Bewertung der Europäischen Umweltagentur. Man kann dort nachlesen, sie können potenzielle Schäden in sehr großer Höhe verursachen. Und auch dieser Bericht zeigt auf, wie deckungsgleich mit den IPCC-Ergebnissen in Europa bereits jetzt ansteigende Durchschnittstemperaturen zu beobachten sind, die Niederschläge in südlichen Regionen zurückgehen werden, während sie im nördlichen Europa zunehmen werden. Der jährliche Global Risks Report des World Economic Forum, der zeigt auf, wie sich zentrale globale Risiken in den nächsten zehn Jahren entwickeln und wie sie sich untereinander beeinflussen können. Und diese Abbildung aus dem diesjährigen Report, die ordnet 29 globale Risiken entsprechend ihrer Wirkung sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit an. Und Sie sehen hier, dass das globale Risikoversagen von Klimaschutz und Klimaanpassung als das bedeutendste Risiko für die kommenden Jahre eingeschätzt wird. Mit einer mittleren Wirkung, aber mit der zweithöchsten Eintrittswahrscheinlichkeit wird hier beurteilt, dass extreme Wetterereignisse so bewertet werden. Das ist ein Report von Ökonomen, das ist jetzt keine NGO oder irgendwie ideologisch arbeitende Organisation, sondern das sind wirklich ökonomische Ergebnisse aus großen Erhebungen. Ja, die Extremwetterereignisse, die treten zwar eher selten auf, aber wir wissen, sie haben weitreichende Folgen für Menschen, Natur und Wirtschaft. Und Hitzewellen, Fluten, Dürren und so weiter führten ja bereits schon jetzt in Europa zu Schäden mit steigender Höhe. An dieser Stelle möchte ich kurz ein EU-Projekt erwähnen, das da heißt Impact to Sea, welches die regionalen Klimawandelauswirkungen, Risiken und Anpassungsoptionen in Europa vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung von zwei Grad untersucht hat. Untersucht wurden auch noch spezielle, vulnerable Regionen wie Bangladesch, Malediven und West- und Ostafrika. Hier haben 29 Partnerinstitutionen einige Jahre zusammengearbeitet. Das Projekt ist im September abgeschlossen worden und koordiniert wurde das durch Frau Jakob und unsere Institution. Und hierbei möchte ich auf ein erstes ganz interessantes Produkt aufmerksam machen, nämlich den kürzlich erschienenen Impact to Sea Webatlas, der die Ergebnisse aus dem Projekt schön und benutzerfreundlich aufbereitet darstellt. Ich habe so einen Prospekt mal mit bei Interesse. Ich habe einiges an Material mit, können Sie mich gerne später ansprechen. Dieser Webatlas, der unterstützt sowohl in seinen Ergebnissen unsere Kernaufgaben und unsere Aufgaben, hat aber als Hintergrundinformation auch bei der COP21 unterstützt. Die wichtigsten Kernaussagen aus diesem Projekt sind, dass eine globale Erwärmung von zwei Grad wesentliche Auswirkungen auf eine Vielzahl von Sektoren und Regionen innerhalb Europas hat und dass zum Verständnis dieser Auswirkungen sektorübergreifende Analysen notwendig sind. Auch dass Überflutungen an den Küsten aufgrund des Meeresspiegelsanstichs zu erwarten sind und auch hier kam heraus, ganz klar, die Häufigkeit von Extremereignissen wird ansteigen. Hier in Hamburg ist so ein Beispiel für eine Auswirkung eines ungewöhnlichen Starkregenereignisses Juni 2011. Die Gefahren bestehen ja darin, dass diese enorm großen Wassermassen eben nicht abfließen können und wenn das Kanalsystem die Regenmengen nicht mehr ausreichend aufnehmen kann, kommt es natürlich zu solchen lokalen Überflutungseffekten auch in einer Großstadt. Vorlaufende Keller oder, wer Hamburg kennt hier, U-Bahn-Station Gänsemarkt. Das war schon ziemlich beeindruckend, diese Sturzbäche da zu sehen. Kann man von der Webseite von Hamburg sich angucken als Film. Auch die menschliche Aktivität natürlich hinsichtlich der Bebauung zum Beispiel in den gefährdeten Gebieten ist natürlich ein Schlüsselfaktor hier und problematisch ist natürlich, dass der Ort eines solchen extremen und lokal begrenzten Ereignisses nicht genau vorhersagbar ist. Also das ist eben klar, dass hier ein gutes und immer mehr verbessertes Risikomanagement im Umgang mit diesen Gefahren vonnöten ist. Andere beispielhafte Schäden sehen Sie hier zum Beispiel im Bereich Schienenverkehr. Die Sanierung eines Bahndammrutsches links nach einer Unterspülung im Mai 2013 in Wasserburg am Innen kostete gut 700.000 Euro. Das ist schon eine Menge Geld für eine Kommune. Aber auch große Hitze kann den Schienen zusetzen. Und Anfang im Juli 2015 schmolz also in Essen offenbar dieses Gleisbett mit natürlich Folgen, Verspätung auf allen Linien, Kostenreparaturen und so weiter. Auch die Straßen können Schaden nehmen durch Erdrutsche, Überflutungen, Brücken können in Gefahr geraten, aber eben auch durchaus Menschenleben, denn in Bayern 2013 schmolz dermaßen auf der A93 die Fahrbahndecke und brach auf, dass da ein tödlicher Motorradfahrerunglück geschah. An der kritischen Infrastruktur können wir auch beispielhafte Schäden erkennen durch starke Schneefälle unter bestimmten Wetterbedingungen, wenn die richtigen Windverhältnisse herrschen und die sehr Schnee klebrig ist und sich so zusammenbackt, dass es zu solchen dermaßenen Schneelasten kommen kann, dass die Strommasten einknicken wie Streichhölzer. Das war im November 2005 und auch fünf Jahre später in Thüringen der Fall. 2005, da im Bereich Münster, las ich nach, sollen 600.000 Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten worden sein und daraufhin hat auch das Climate Service Center eine Masterarbeit vergeben, die damals abgeschlossen wurde. Unter Zuhilfenahme des regionalen Klimamodells REMO wurde eine Methode entwickelt, mit der vergleichbare meteorologische Ereignisse erkannt werden können. Herr Grassl ist schon sehr gut auf die COP eingegangen. Ich hatte das auch nicht weiter vor, wollte aber nur noch einmal darauf hinweisen, dass jetzt im letzten Jahr im November oder im Dezember auf der COP die Wichtigkeit der langfristig angelegten Anpassungsmaßnahmen ja nochmals betont wurde. Es ist also besonders bemerkenswert, dass das Paris-Abkommen die Relevanz der Folgen, der Anpassung an die Folgen des Klimawandels betont, indem es eben klimawandelbedingte Verluste und Schäden ausdrücklich anerkennt. Das haben wir vorhin sehr gut von Herrn Grassl erklärt bekommen. Ja, also eine wichtige Voraussetzung für das Treffen von Anpassungsmaßnahmen ist eben die effektive Vermittlung von wissenschaftlichem Wissen zum Klimawandel in die Praxis. Das hat die Bundesregierung auch früh erkannt und sie hat aus dieser Motivation heraus durch das BMBF Anfang 2009 am Helmholtz-Zentrum Geest-Hacht das Climate Service Center einrichten lassen und eingerichtet in einem fünfjährigen Projekt. Das war gemeinsam getragen, diese Idee von der deutschen Hightech-Strategie zum Klimaschutz und von der deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Nach dem erfolgreichen Aufbau und Ausbau des Climate Service Center wurde dieses unter dem Namen Gerix, jetzt unter einem neuen Namen, wie ich schon sagte, fest in die Helmholtz-Gemeinschaft institutionalisiert. Und wir sind heute ein interdisziplinäres Team von Naturwissenschaftlern und Sozioökonomen mit gut 40 Mitarbeiterinnen, mit Masterstudenten und jungen Praktikanten und so sind wir fast 50 Leute. Gerix ist eine Ideenschmiede für Klimaservices. Wir entwickeln wissenschaftlich fundiert Produkte und Services an die Zielgruppe Entscheidungsträger aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft bei der Anpassung, die bei der Anpassung an den Klimawandel Unterstützung benötigen. Und wir können unsere Aufgaben in drei Arbeitsbereiche aufgliedern. Zentral ist die prototypische Produktentwicklung. Hierzu wird der Beratungsbedarf der Akteure, die mit uns zusammenarbeiten wollen, genau ermittelt und in enger Zusammenarbeit wird dann prototypisch ein individuelles Informationsprodukt entwickelt. Ich gehe da an Beispielen später drauf ein. Dieser zentrale Bereich wird gestützt, einerseits von dem Bereich Netzwerken und natürlich von den Modellen und Daten und auch dem Bereich Weiterbildung. Die Netzwerkarbeit, die ist essentiell für unsere Arbeit. Als Teil einer nationalen und auch internationalen Netzwerkstruktur bündelt GERICS die verschiedenen Kompetenzen zum Thema Klimawandel und bringt hier wesentliche Akteure zusammen an einen Tisch. Und die Entwicklung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen, die ist notwendig, um unter anderem auch den bedarfsgerechten Umgang mit unseren Produkten zu gewährleisten. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einmal kurz auf die, einen Exkurs machen auf die Aktivitäten der EU im Bereich Klimaservice. Bisher haben ja schon viele EU-Projekte mit ihren Ergebnissen zu diesem Thema beigetragen. Nun ist das neue EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 mit einem Fördervolumen von 80 Milliarden Euro oder über sieben Jahre das größte EU-Research- und Innovation-Programm, das es je gab. Es verbindet die Forschung und die Innovation mit dem Fokus auf große gesellschaftliche Herausforderungen. Und eine dieser Herausforderungen lautet Climate Action Environment Resource Efficiency and Raw Materials. Und genau hier rein gehört auch die Entwicklung eines Marktes für Klimaservices. Um den Stand zu den Klimaservices umfassend zu beleuchten, wurde im März 2014 auf Einladung der Europäischen Kommission ein erster Workshop zu diesem Thema veranstaltet, in dem auf Einladung 124 Praxisvertreter und Vertreter von Anbietern von Klimaservices teilnahmen. Frau Jakob, unsere Direktorin, die hatte hier eine Referenten- und Moderatorenrolle im Workshop inne und sie wurde auch aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Regionalmodelliererin und als Führungskraft im Climate Service Center in eine fünfköpfige Expertenarbeitsgruppe berufen, die eine EU-Strategie für Klimaservices erarbeiten sollte, die sogenannte Roadmap für Climate Services. Der Hintergrund war, dass die Klimaservices entsprechend durchdacht in die EU-Forschungsagenda mit aufgenommen werden sollte. Da gab es viele Arbeitstreffen, Telefonkonferenzen und so weiter und schließlich wurde diese Roadmap fertiggestellt im Frühjahr 2015 und veröffentlicht. Das sind die Herrschaften der Expertengruppe, da war der Leiter der Rogers Street, der Direktor des UK Climate Impacts Program, UK SIP und Martin Perry vom Imperial College in London zum Beispiel. Wie wird in dieser Roadmap Climate Services überhaupt definiert? Diese Definition ist da sehr breit angelegt. Sie umfasst so sinngemäß Begrifflichkeiten wie Umwandlung klimabezogener Daten in kundenspezifische Produkte mit zugehöriger Beratung, eine Lösungsentwicklung, die der Gesellschaft als Ganzen nützt und Daten, Informationen und Wissen zur Förderung der Eindämmung des Klimawandels, der Anpassung an den Klimawandel und zur Förderung des Katastrophen-Risikomanagements. Interessant, wie zum damaligen Zeitpunkt, also vor 2015, Anfang 2015, die Ausgangslage in dieser Roadmap beschrieben wird. Sie können die Roadmap übrigens gut aus dem Internet downloaden, von der Europäischen Kommission Webseite. Das ist sehr interessant, das ist ein relativ umfangreiches Dokument. Die Ausgangslage wurde beschrieben damit, dass viele Entscheidungsträger noch nicht, also aus einem breiten Spektrum Unternehmen, privater und öffentlicher Sektor, noch nicht in der Lage sind, insbesondere zum Thema Anpassungsmaßnahmen fundierte Entscheidungen zu treffen. Da ist man bei der Reduktion der Emotion schon viel weiter, aber die Anpassung ist in vielen Bereichen als Thema noch nicht richtig in den strategischen Entscheidungen angekommen. Und Bedarf und Nachfrage stellen sich immer noch relativ bruchstückhaft dar. Auch sind die verfügbaren Klimaservices zu dem Zeitpunkt, als noch überwiegend angebotsgesteuert beschrieben worden, also zum Beispiel Portale, die sehr schön Daten und Dinge zum Download bereitstellen, dann muss aber der Nutzer eben sehen, wie er damit weiterarbeitet, alleine sehen, wie er damit weiterarbeitet. Also eine wichtige Voraussetzung aus Sicht der Nutzer ist dort beschrieben, dass der Klimaserviceanbieter diesen Bedarf genau kennen sollte, wenn der Mehrwert erreicht werden soll durch so einen Service und dass die Herangehensweise transdisziplinär sein muss. Das gewünschte Beratungsprodukt sollte im besten Fall mit dem Nutzer gemeinsam entwickelt werden und dieser Prozess auch durch eine individuelle Beratung begleitet werden. Und man müsse sich mit den Praxisakteuren auf Augenhöhe begegnen. Die Produkte sollen verlässlich sein, also auch auf dem besten und aktuellsten Stand der Wissenschaft sein, aber natürlich auch anwendungsfreundlich. Ich sage, das ist ein längliches Papier, es wurden drei große Herausforderungen formuliert, neun Hauptaktivitäten, 25 konkrete Maßnahmen, hier im Original wortlaut. Ich habe mal so drei wichtige Punkte herausgeholt für Sie, also die Angebot und Nachfrage des europäischen Marktes für Klimaservice muss insgesamt verstanden werden. Das ist der Ziel der Implementierung dieses Programmes mit seinen vielen Ausschreibungen. Eine zukunftsfähige europäische Klimaservice-Community soll aufgebaut werden, die Nutzer, Anbieter, Lieferanten, Innovatoren und Forscher, ich denke auch hier und da Fördermittelgeber, mit einbezieht. Und neben den physikalischen müssen natürlich auch immer wieder sozioökonomische und andere nicht physikalische Daten wie Landnutzung etc. in Klimaservice-Produkte mit einbezogen werden. Und das klang jetzt auch schon mehrfach an, wie wichtig das ist, dass die möglichen Bandbreiten und zugehörigen Unsicherheiten mit kommuniziert werden müssen. Zur Implementierung der Zeitrahmen ist sehr lang, geht bis über 2020 hinaus, mittels des Programmes Horizon 2020 und viele weitere internationale Programme werden diese Agenda auch unterstützen. Darf ich mir ein Glas Wasser eben holen? Ich brauche mal was. Dankeschön. Danke. Wir im Climate Service Center, wir arbeiten entlang der Linie dieser eben skizzierten Anforderungen der Roadmap. Denn der nutzerspezifische Wissenstransfer, das ist unsere zentrale Aufgabe und wir entwickeln, wie ich schon vorhin erwähnte, maßgeschneiderte Informations- und Beratungsprodukte und zwar für unsere Schlüsselkunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik, die den Handlungsbedarf hinsichtlich der Anpassung haben. Das Ganze, Sie können sozusagen diese Grafik hier von links nach rechts lesen, läuft in einem transdisziplinären und iterativen Co-Development-Prozess ab. Also wir bereiten zum Beispiel die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel in Form von regionalisierten, projizierten Klimadaten ganz anwendungsorientiert auf, wie Sie gleich an Beispielen sehen werden, indem die nutzerspezifischen Anforderungen genau berücksichtigt werden und auch das Praxiswissen in die Produktentwicklung mit einbezogen wird. Da werden zurzeit im GEREX zwei wesentliche Prototypenbereiche bearbeitet, nämlich verschiedene Formen von Factsheets, also nach dem Factsheet-Konzept und modular aufgebaute Beratungsbaukästen nach dem Baukasten-Konzept. Nach dem ersten Konzept haben wir Climate Factsheets für Länder bzw. Regionen entwickelt und standortcharakteristische Factsheets und Factsheets für verschiedene Sektoren, die befinden sich zurzeit noch in der Entwicklung. Die Climate Factsheets stellen die Informationen zum Klima und Klimawandel für einzelne Länder und Regionen weltweit in standardisierter, komprimierter Form bereit. Sie geben dabei aber auch Auskunft über die zugehörigen Bandbreiten. Sie wurden von uns ab dem Jahr 2011 gemeinsam mit der KfW-Entwicklungsbank entwickelt. Denn die KfW, die braucht für die Planung ihrer Investitionsprojekte verlässliche Informationen über eine mögliche Einflussnahme des Klimawandels auf diese Projekte, bevor diese genehmigt werden können. Und sie haben sich dann an uns gewendet und es war dann der Wunsch nach Informationen in konsistenter Weise und durch eine sorgfältige Analyse und Zusammenstellung der Anzahl, der großen Anzahl existierender Klimadaten für das jeweilige Land oder auch für eine Region, wenn das Land relativ klein ist. So wie hier Burkina Faso, Togo und Ghana zusammengefasst in dem Beispiel. Und seit kurzem haben die Kollegen auch die Climate Factsheets aktualisiert auf den Stand der Datenbasis vom IPCC-Sachstandsbericht 5. Zurzeit stehen jedermann, Sie können die downloaden nach Registrierung, 58 Climate Factsheets für die hier farblich gekennzeichneten Länder oder Regionen zur Verfügung. 51 auf Basis von Globalmodellen, 7 auf Basis der Projektion regionaler Klimamodelle. Das ist aber im Moment nur Europa. Daraus aus diesem Konzept weiterentwickelt wurde mit der BASF für den Produktionsstandort Ludwigshafen ein Prototyp für standortcharakteristische Factsheets. Ich habe auch, zwar nicht jetzt hier für jedermann zu mitnehmen, aber Ansichtsbeispiele, wie gesagt, downloaden können Sie sie. Ich lege die nachher hier hin oder Sie sprechen mich an. Diese standortcharakteristischen Factsheets, die bieten eine Zusammenfassung von Klimawandelinformationen für Klimaparameter, die für bestimmte Produktionsstandorte wichtig sind. Und die basieren auf dem aktuellsten Ensemble hochaufgelöster Euro-Codex-Projektionen. Jetzt mache ich einen Quer-Ausflug zu Euro-Codex ganz schnell für die, die das nicht so gut kennen. Die vom World Climate Research Program geförderte Initiative Codex, die koordiniert die institutionelle Zusammenarbeit weltweit hinsichtlich der stetigen Verbesserung regionaler Verfeinerung von Simulationen. Gerix ist hier sehr stark engagiert durch die Erstellung hochaufgelöster regionaler Klimaprojektionen. Da findet auch übernächste Woche wieder eine Tagung in Stockholm statt. Euro-Codex ist nun der europäische Zweig von Codex und wird gemeinsam von Daniela Jakob mit zwei Kollegen von der Uni Thessaloniki und Bjergnis Center Bergen koordiniert. Insgesamt umfasst die Euro-Codex-Community 29 renommierte Institutionen und nach den neuesten RCP-Szenarios werden koordiniert hier regionalisierte Klimasimulationen für Europa mit horizontalen Auflösungen von 50 und 12,5 Kilometer durchgeführt. Mir ist das wichtig, das zu betonen, damit Sie sehen, welche große Datenbasis eben in dieser Grundlage unserer Produkte ist. Die sechste Hauptversammlung fand auch im Januar im Gerix statt. Wichtige Punkte sind dann hier Planung der Modellsimulation und Schnittstelle zu den Nutzern. Ein kleiner Exkurs noch zum Thema nutzerfreundliche Visualisierung. Ihnen ist vielleicht eben dieses kleine Thermometer mit dem Zeiger aufgefallen, was in anschaulicher Weise anzeigen soll, wie stark das projizierte Klimasignal ist und wie belastbar die Aussage ist. Es ist nämlich nicht ganz trivial, leicht verständliche Abbildungen zu entwickeln, die auch einen statistischen Sachverhalt darstellen sollen, ohne auf die wissenschaftliche Tiefe zu verzichten und die doch sozusagen für jedermann allgemein verständlich sein soll. Da kann man noch ziemlich viel drüber nachdenken. Ein Beispiel hierfür ist auch eine Regenkarte, die mit den einigen Bundesländernvertretern gemeinsam durchdacht und erstellt wurde. Da waren die Bundesländer Brandenburg, Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz daran beteiligt. Welche Datenbasis hier zugrunde liegt, ist jetzt nicht so wichtig, auch wie der Euro-Kordex, aber ein Ensemble von, ich glaube, zwölf sind das, wie man an dem linken Bildchen sieht, zwölf Ensemble-Membern. Und Sie sehen zwei verschiedene Arten von Darstellung. Die mittlere Niederschlagsänderung hier am Beispiel, gemittelt über das Land Brandenburg. Hier geht es jetzt nicht um eine regionale Karte, sondern es geht hier um einen mittleren Wert. Kann man auch für andere Parameter auf andere Regionen beziehen. Aber man hat jetzt hier versucht, das ein bisschen verständlich darzustellen. Also dunkelrot ist dann eine signifikante Abnahme, aber einige Member zeigen dunkelblau, eine signifikante Zunahme. Das heißt, hier sind sogar einige mit schwachen Farben, rosé und hellblau, gar nicht signifikant. Sollte man eigentlich gar nicht zeigen, wird hier aber gezeigt, um zu zeigen, wie viele Member aus diesem Ensemble überhaupt signifikante Größen zeigen. Auf der rechten Seite, andere präferieren vielleicht eine andere Darstellung, ist mal versucht worden, ein Zeigerdiagramm zu entwickeln, wo die Signifikanz in der Art des Pfeiles gestrichelt oder durchgezogen angezeigt wird, wo die Richtung nach oben zeigt völlig übereinstimmende Niederschlagszunahmen, die Richtung nach unten völlig übereinstimmende Niederschlagsabnahmen und eine geringe Richtungsübereinstimmung, wenn der Pfeil genau nach rechts zeigt. Das sind so Möglichkeiten, die man finden muss, um auch vielleicht Politikern oder Menschen, die jetzt nicht mit solchen naturwissenschaftlichen Datenbasen und Auswertungen zu tun haben, solche Dinge etwas klarer zu machen. Zurück zu dem Factsheets-Konzept. Ein weiteres Produkt in dieser Produktgruppe entstand auch mit der KfW gemeinsam für ein Faktenblatt namens Climate Focus Paper. Das liefert auch ganz gezielt Hintergrundinformationen zu wissenschaftlichen Themen, die von großer Relevanz sind, direkt für Projektmanager und technische Sachverständige der KfW. Die kamen also mit genauem Bedarf zu uns und sie geben eine Hilfestellung bei der Konzipierung von ihren Projekten und auch bei der Entwicklung und Genehmigung von sogenannten Climate Feasibility Studies der KfW. Und da sind zurzeit Focus Paper erhältlich. Ich glaube, eins habe ich auch mit. Zum Global Sea Level Rise, Regional Sea Level Rise in Südasien und Cities and Climate Change. Ich komme jetzt zu dem Baukastenkonzept. Es handelt sich hierbei um Beratungsmodule. Ich lege ein bisschen an Tempo zu. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit mir noch bleibt hier. Beratungsmodule zur Integration des Themas Klimawandel und Entwicklungsstrategien. Einmal für Städte und Gemeinden und einmal für Entscheider und Unternehmen. Wenn wir erstmal bei den Städten bleiben, dann nehmen Städte, wie wir wissen, ja eine ganz besondere Rolle unter dem Klimawandel ein. Denn einerseits wird ja ein Großteil der Treibhausgase auch in Städten ausgestoßen. Aber die Städte werden mehr und mehr zum Lebensraum und natürlich Zentren wirtschaftlicher Wertschöpfung und sind auch in dieser Beziehung besonders anfällig gegenüber den Folgen des Klimawandels. Und das stellt natürlich immer größere Herausforderungen in der Zukunft an die Ballungsräume. Und durch die absehbare Zunahme der Häufigkeit, der Intensität von Hitzeperioden oder Starkregenereignissen ergeben sich natürlich sowohl für die Bevölkerung als auch für die städtischen Infrastrukturen erhebliche Belastungen. Man sollte sich also frühzeitig auf die Klimawandelfolgen einstellen, wobei natürlich klar ist, dass viele notwendige Maßnahmen auch im Konflikt mit anderen Zukunftsfragen stehen. Also zum Beispiel der steigende Siedlungsdruck oder die verändernde Altersstruktur sind dann natürlich auch Faktoren. Es gibt also, wie hier skizziert ist, das ist im Übrigen eine Abbildung aus unserem Climate Focus Paper, Städte können Sie auch auf der Webseite downloaden. Es gibt ganz viele unterschiedliche Treiber, klimatischen oder nicht klimatischen Ursprungs, die hier eine Rolle spielen. Aber nichtsdestotrotz lassen sich bereits heute die zukünftige Lebensqualität und die urbane Infrastruktur durch Berücksichtigung der Klimawandelfolgen durchaus positiv beeinflussen. Und da sollte man auch dran arbeiten. Und natürlich kennen wir die wichtigen Stellschrauben, die kennt jeder, wenn er sich in der Nachbarschaft umguckt, der Ausbau von Grün- und Wasserflächen oder auch die Verwendung von klimagerechten Baumaterialien. Die sind lange bekannt, aber es gibt doch zwischen der Theorie und der Praxis immer noch Gräben, die zu überbrücken sind. Und die Praxis zeigt ja, dass es keine Universalmethode gibt, auch hier nicht, wie sich eine Stadt an die Folgen des Klimawandels anpassen kann, weil ja jede Stadt völlig anders ist. Und wir haben da hier elf verschiedene Module entwickelt, die die wichtigsten Handlungsfelder der Stadt ansprechen. Und zum Beratungsbeginn findet also zunächst eine Analyse der Standortcharakteristika statt, um diese Module auf die jeweiligen Erfordernisse ausrichten zu können. Und es werden dann natürlich durch die ausgewählten Module, kann eben auf die spezifischen Gegebenheiten der Stadt optimal eingegangen werden. Und der Baukasten integriert sich dann wie ein Baustein in die bestehenden Planungsabläufe. Und insofern kann das Planungsspektrum einer Stadt dann durch die Klimawandeldimension erweitert werden. Es ist auch möglich, dass der ganze gesamte Prozess, also von der Bereitstellung der Klimadaten bis hin zur Implementierung von Anpassungsmaßnahmen, dass dieser wissenschaftlich begleitet werden kann. Am Beispiel von Kiel zeige ich ein Modul. Sie können wieder so mit den Augen von links nach rechts gehen. Die Stadt Kiel hatte also ihre spezifischen Gegebenheiten sozusagen in Plänen und Bebauungsplänen und so weiter mitgebracht. Aber hatte den Bedarf nach der Erstellung sogenannter Hotspot-Maps, die eben insbesondere bei Kiel die Starkregen- und Hochwasserproblematik betrifft. Und Gerex hat hier mit einem seiner Kooperationspartner, kam hier ins Spiel und hat eben diese Hotspot-Karten erstellt, die auch unter anderem regionalisierte Daten aus Remo beinhaltet. In einem weiteren Schritt dann rechts wurde mit der Stadt gemeinsam Kompensationsmaßnahmen zur Begrünung erarbeitet. Also Stichwort, hier geht es zum Beispiel um Baum-Sorten, die dem Klimawandel auch in einigen Jahrzehnten noch statthalten müssen. Natürlich sind dann auch immer die gesetzlichen Rahmenbedingungen wie Flächennutzungs- und Bebauungspläne die Randbedingungen. Zur Weiterentwicklung von Klimaschutzkonzepten gehe ich nicht weiter ein. Da ist dann nur als natürlich wichtig, dass generell bei Lösungsansätzen sowohl Klimaschutz und Anpassung gemeinsam gedacht werden. Die sollten sich nicht unbedingt widersprechen und wenn es geht, also ein bestes Beispiel ist natürlich die Verbesserung der Wärmedämmung bei Gebäuden. Aber der Klimawandel hat auch zunehmend strategische und operative Auswirkungen auf Unternehmen. Denn Hitze- und Trockenperioden, Stürme, Starkregenüberschwemmung, Meeresspiegelanstieg, alles das kann die gesamte Wertschöpfungskette von Unternehmen beeinflussen. Beginnend bei der Produktion, bei der Logistik, beim Absatz bis hin zu Unternehmensstandorten. Man muss aber sagen und wissen, dass natürlich da auch wirtschaftliche Chancen daraus entstehen können, die auch früh erkannt werden sollten. Und vor diesem Hintergrund hat GERICS den Unternehmensbaukasten mit sieben verschiedenen Modulgruppen entwickelt. Die Entwicklung war so, ich habe wieder eine Grafik, die Sie von links nach rechts verfolgen können, dass die Stiftung 2 Grad Deutsche Unternehmer für den Klimaschutz sich an das Wirtschaftsministerium gewandt hatte und um Unterstützung dahingehend bat, das Thema Anpassung in die Unternehmen einzubringen. Dort verwies man dann auf das BMBF, weil man sagte, das ist Forschungssache und das BMBF sagte, ja dafür haben wir doch das Climate Service Center eingerichtet, dann geht doch mal dorthin. Und so wurde initiiert durch die Stiftung von GERICS ein Vorgehen entwickelt, um das Thema Anpassung an die Folgen des Klimawandels auch in Unternehmen verankern zu können. Dazu wurde ein Analyse-Tool entwickelt, um den Umgang von Unternehmen mit dem Thema Klimawandel und Anpassung zu ermitteln. Und dieses Tool wurde, also das ist letztlich ein Fragebogen gewesen, und dieses Tool wurde im Rahmen von 35 Interviews mit Entscheidungsträgern von acht teilnehmenden Mitgliedsunternehmen, die aus der Stiftung sind, in der Praxis angewandt und getestet. Zu diesen Unternehmen gehören namhafte Großunternehmen wie Puma, Otto Group, Telekom, Schwäbisch Hall und so weiter. Und das Ergebnis dieses Vorgehens ist dann die Produktidee für einen sogenannten Klimastresstest, der es Entscheidungsträgern von Unternehmen ermöglicht, den Einfluss des Klimawandels für die jeweiligen Geschäftsaktivitäten durch Berücksichtigung regionaler Klimadaten, zum Beispiel strategisch und auch monetär zu bewerten. Ich bin gleich am Ende, keine Sorge, das Mittagessen ruft. Ich habe einige Exemplare, sollte jemand von Ihnen an den Produkten interessiert sein oder es ging ihm zu schnell. Ich habe einige Ausdrucke mit von einer Webseite, deren Links Sie hier sehen, wo wir eben diese ausgewählten Produkte mit weiterführenden Links beschreiben. Und davon habe ich Ihnen hier nur die orangefarbenen vorgestellt. Ja, es sind also auch noch verschiedene Reports, eine Broschüre Gesundheit im Klimawandel und verschiedene andere Dinge hier auf dieser Webseite zu finden. Das gebe ich Ihnen auch gerne in die Hand mit, wenn Sie es möchten. Und am Ende möchte ich allerdings noch eine Werbung machen für ein neues Journal namens Climate Services. Oder Climate Services. Nee, Services, das habe ich oben falsch geschrieben. Es ist von Gerix gemeinsam mit diesem Verlag Elsevier ins Leben gerufen worden. Chief Editor ist Frau Professor Jakob. Und hier ist wirklich neu, dass das Journal sich an Wissenschaftler und an Praxisakteure wendet, weil man hierüber auch einen Weg sucht, die Praxisakteure und Entscheider mit anzusprechen. Hier hat nämlich jeder Artikel eine erweiterte Zusammenfassung für Entscheidungsträger. Es ist ein Open Access Journal. Die erste Ausgabe ist kürzlich erschienen und das Journal wird auch jetzt von Frau Jakob auf der Adaptation Future Konferenz bekannt gemacht oder weiter bekannt gemacht. Ja, vielen Dank für Ihre Geduld und wenn Sie Fragen haben... Applaus Vielen Dank für euch.